Hallo, wir kommen zur dritten Sequenz unserer Yoga Basic Einheit. Das beginnt im Sitzen mit Kräftigung der Bauchmuskulatur. Du stellst deine Hände seitlich rechts und links ab auf den Boden und hebst die Knie an für das Boot. Nun mit dem nächsten Ausatmen streckst du die Beine nach oben hoch und mit dem Einatmen beugst du es wieder ein zweites Mal in das Boot, nach oben hoch und wieder gebeugt. Achte darauf, den Rücken möglichst lang gestreckt zu halten, also dass du nicht in einen Rundrücken fällst. Und ein viertes Mal nach oben schieben in das Boot. Verlagere dann auf die rechte Gesäßhälfte, schiebe die Beine lang nach oben, das schräge oder gedrehte Boot. Ein zweites Mal. Immer wieder, zumindest wenn die Knie gebeugt sind, den Herzraum anheben. Ein drittes Mal und wieder beugen. Und dann noch einmal für die Bauchkraft. Du musst die Beine also auch nicht ganz so strecken. Komm über die Mitte auf die andere Gesäßhälfte und die Beine wieder strecken oder die Füße zumindest anheben. Ein zweites Mal. Und wieder die Knie beugen. Und ein drittes Mal. Schön lang und immer wieder den Bauch nach innen ziehen und den Bauchnabel nach innen oben, dass du hier wirklich die Kraft aus der Tiefe nimmst. Die Tiefe deines Beckens. Geh noch einmal nach rechts. Strecke die Beine und mach dann ein großes Pendel oder so einen Swing nach links. Angehobene Füße zur rechten Seite. Und wieder im Bogen rüber zur linken Seite. Noch einmal nach oben hoch und zur rechten Seite. Du kannst natürlich auch die Knie von vornherein weiter gebeugt halten. Setze dann ab. Und dann geht das halbe Boot, also mit einem Bein jeweils nur, nach oben gestreckt. Ein zweites Mal das Set rechts strecken und links strecken. Und dann noch einmal das eine Bein, so weit wie es geht, nach oben hoch. Du kannst dich unterschiedlich fest an der Beinrückseite halten. Je weniger du die Oberschenkel heranziehst, umso mehr Kraft kommt natürlich aus dem Bauch. Und dann lässt du die Knie nach außen sinken in deinen Ringsitz. Und das war die erste Übung zur Kräftigung des Bauches. Stelle dann deine rechte Hand seitlich auf für die Neigungen. Das geht ein bisschen schneller. Komm zur linken Seite und dann gehst du noch einmal zur rechten Seite. Federst nach, kommst hoch und gehst zur linken Seite und federst hier auch nach. Zur rechten Seite und diesmal kreist der Arm über vorne und nach links und den Arm über vorne kreisen lassen. Und ein zweites Mal noch hier und mit dem rechten Arm über links auch kreisen lassen. Dann kommt eine Verschraubung. Du ziehst dich hier spiralisierend schräg nach vorne. Also jetzt auf der linken Seite den rechten Arm rüberziehen und schwinge wieder dorthin zur ersten Seite. Du bist also leicht vorgebeugt und gedreht. Und hier auf diese Weise hast du eine schöne dreidimensionale Verschraubung. Du kannst hier auch mal nachfedern, um noch mehr Elastizität in deinen Rücken zu bringen. Und federst auch auf der linken Seite nach. Atmest in der Mitte ein und gehst zur rechten Seite rüber, um nachzufedern. Und dann zur anderen Seite nach links und federst hier auch noch einmal nach. Komm dann zur Mitte. Roll dich zurück wie im Kamelritt einen runden Rücken und komm gerade nach oben hoch. Ein zweites Mal nach hinten in den Kamelritt. Und hier diese schöne Armbewegung, damit du viel Beweglichkeit in deinen Schultergürtel hinein bekommst. Du kannst auch die Arme mal über oben nehmen. In den runden Rücken nach hinten. Hebe die Arme an über die Seite. Und komme dann wieder aufrecht. Schließe deine Knie und spüre der Wirkung nach. Ich habe mich jetzt hier umgedreht für die nächste Übung, die Beinkreise im Liegen. Du kannst natürlich immer deine Position beibehalten. Füße aufgestellt und dann lässt du dein rechtes Bein mal kreisen. Also erstmal das Knie angewinkelt für eine schöne Hüftbeweglichkeit. Hier die Kreise aus der Hüfte heraus mit angewinkeltem Knie. Lass den Unterschenkel immer entspannt locker nach unten hängen. Lass auch die Schultern entspannt, möglichst nach unten. Und dann machst du vier Kreise in die andere Richtung. Also das Bein erst zur Seite geführt, an den Bauch herangezogen. Und dann wieder die Oberschenkel nebeneinander über die Seite zum Bauch. Und dann einen letzten Beinkreis über die Seite hier. Jetzt nimm den Fuß nach oben. Das Bein muss nicht so gestreckt sein wie bei mir. Wir wollen nur den Hebel etwas verlängern für die langen Beinkreise. Also hier das ausgestreckte Bein in der einen Richtung, kreisförmig herumgeführt. Es geht hier wirklich erstmal nur darum, die Hüfte zu mobilisieren. Macht dir da keinen Stress, das Bein so nah heranzuziehen. Einen vierten Beinkreis und dann noch hier zur Seite. Und dann änderst du die Drehrichtung für die Hüftbeweglichkeit in der rechten Hüfte. Schöne, große, lang gezogene Kreise. Und du harmonisierst deinen Atem mit diesen Beinkreisen. Und machst noch einen weiteren Kreis hier. Dann ist die rechte Hüfte schön aufgewärmt und du kannst den rechten Fuß aufstellen. Und dann kommt das linke Bein natürlich auch dran. Erstmal den Unterschenkel entspannt hängen lassen. Und aus der linken Hüfte heraus großzügig kreisen. Und nutz die Gelegenheit auch, um wirklich in deinen Körper hinein zu spüren, Kontakt aufzunehmen, damit du auch die Sinnhaftigkeit empfindest. Je mehr Aufmerksamkeit du dir selber schenkst, umso bereichernder ist deine Yoga-Praxis. Einen dritten Kreis in die zweite Richtung. Und dann noch einen weiteren Kreis hier. Und dann auch den Fuß nach oben. Ich will jetzt nicht sagen Bein gestreckt, also einfach den Fuß angehoben. Schau einfach, wie weit du kommst. Und sorg dafür, dass deine Schultern sich nicht verspannen. Also gibt es so einen Moment, wenn das Bein hier kurz über dem Boden ist. Da muss man relativ viel Haltearbeit ausüben. Und da schau, dass deine Schultern nicht zu weit nach oben hochkommen. Und dann stopp. Und dann dreh in die andere Richtung. In diesem Beinkreis hier. Und ich würde ausatmen, wenn das Bein absenkt, weil man dann einfach mehr Kraft im Bauch hat. Und einen dritten Kreis. Und in die Öffnung. Und dann noch einen Kreis mit diesem langen Bein. Und dann holst du die Knie an den Bauch heran und gönnst dir hier auf diese Weise eine Pause. So, lege dann die Füße beim Becken auf, die Arme weit auseinander. Und jetzt kommt das drehende Krokodil. Bring die eng an den Bauch herangezogenen Knie auf die rechte Seite. Und komm einatmend zur Mitte. Und zur anderen Seite. Ich habe hier eine Decke untergelegt. Das ist vielleicht auch ganz angenehm, wenn du das auch machst. Also, kurz das Video hier anhalten und eine Decke besorgen. Und, oder ein flaches Kissen. Und nimm jetzt den Kopf jeweils in die Gegenrichtung. Immer einatmend zur Mitte. Wenn die Knie nach rechts gehen, dreh den Kopf nach links. Komm zur Mitte. Und wenn die Knie nach links gehen, nimm den Kopf nach rechts. Und dann wieder zur Mitte. Noch einmal die Knie nach rechts abgelegt. Du kannst dann mit der rechten Hand das obere Knie beschweren. Und bleibst hier für einige Atemzüge. Lässt den Bauch ganz entspannt. Öffnest wieder, holst die Knie zur Mitte und legst sie dann zur linken Seite. Um mit der linken Hand zart zu beschweren. Und hier vielleicht ein bisschen den Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule ziehen, dass du nicht zu arg im Hohlkreuz bist. Also die unteren Rippen nach hinten schieben. Und dann kommst du hier auch wieder zur Mitte und stellst die Füße auf. Du kannst natürlich auch hier das Krokodil länger halten, wenn dir danach zumute ist. Für die nächste Übung mit oder ohne Deckchen unter dem Kopf. Und vielleicht, doch, du siehst, mein Kopf hebt etwas an. Also tatsächlich das Deckchen behalten. Die schönen großen Beinkreise jetzt mit beiden Beiden. Beiden Beinen. Und hier. Also die Knie müssen auch nicht ganz so gestreckt sein wie bei mir. Aber jedenfalls forderst du deine Bauchkraft heraus, indem du mit den möglichst lang ausgestreckten Beinen schöne große Kreise beschreibst. und halte nach dem vierten Kreis inne. Nein, wir machen hier noch ein bisschen weiter. Also unterschiedlich groß. Je tief du kommst, umso anstrengender ist natürlich. Du kannst auf die Kreise relativ klein da oben machen. Nochmal einen Kreis hier und dann noch einen letzten in diese Richtung hier. Und dann geht es natürlich auch in die andere Richtung, ist ja klar. Also gegen den Uhrzeigersinn mit diesen schönen langen Beinen. Es ist wahrscheinlich schon besser, tatsächlich den Kopf zu unterstützen. Also mach das. Wir wollen hier möglichst wenig Stress im Nacken zu haben, dass wir den Fokus jeweils auf die wichtige Partie geben können. In dem Fall hier die Bauchkraft. Einen dritten Kreis im Uhrzeigersinn. Und dann einen vierten Kreis im Uhrzeigersinn. Und dann kommt nochmal die zweite Runde hier. Und den fünften Kreis. Und ich würde ausatmen, wenn die Beine in den langen Hebel kommen. Und wieder eingesammelt. Und dann kommen noch zwei Kreise. So, und einatmend. Du kannst das natürlich auch schneller machen oder kleiner oder häufiger. Ja, wenn du richtig trainieren möchtest, dann kannst du auch 20 Kreise in jede Richtung machen. So, und dann stellst du die Füße wieder auf. Entspannst erst mal im Bauch. Hier schön weiter im Schultergürtel. Lass die Schultern seitlich nach unten sinken. Und dann kommt die Schulterbrücke nach oben hoch. Du schiebst die Fersen in den Boden. Lässt das Becken ansteigen. Das Brustbein angehoben. Die Rippen kommen nach oben hoch. Und dann rollst du von oben her den ganzen Rücken wieder ab. Versuch das Becken hier maximal einzurollen. Und dann holst du die Knie an den Bauch heran. Und ziehst den Kopf zu den Knien. Schiel zu deinem Bauchnabel, damit der Nacken möglichst lang ist. Lass die Schultern schön weg von den Ohren. Also nicht hochziehen. Achte drauf. Und dann legst du den Kopf wieder ab auf deine Unterstützung. Und stellst die Füße auf. Von unten her mit dem Becken aufrollen. Das Brustbein hochschieben. Aber auch das Steißbein ein wenig zur Decke ziehen. Also ein eingerolltes Becken. Nicht ganz zu stark ins Hohlkreuz. Da ist immer noch genügend Hohlkreuz da. Aber nimm deinen Beckenimpuls. Und dann rollst du von oben her wieder ab. Versuche Wirbel nach Wirbel abzurollen. Und dann die Knie wieder herangeholt. Den Kopf eingerollt. Nasenspitze zum Bauchnabel ziehen, damit der Nacken möglichst lang ist. Und wieder viel Platz zwischen Schultern und Ohren. Leg den Kopf dann wieder ab. Und stell die Füße noch einmal auf. Komm mal ein drittes Mal. Nach oben hoch in die Schulterbrücke. So, die Schultern schön flach in den Boden. Die Armrückseiten in den Boden hinein. Den Brustkorb angehoben. Lass den Atem fließen. Drück die Fersen feste in den Boden. Und achte auch darauf, dass die Zehen entspannt und lang abgelegt sind. Manchmal zieht man hier reflexhaft die Zehen nach oben hoch. Heb dann die Fersen an. Denn diese angehobenen Fersen ermöglichen es dir, den Rücken noch verstärkter einzurollen. Von oben her Wirbel nach Wirbel abzurollen. Und die Knie heran für Happy Baby. Erstmal das Päckchen noch. Den Nacken möglichst lang. Greife dann an deinen Fußzehen oder Füßen. Wenn dir dein Kissen nicht zu hoch genug ist, dann kannst du auch eine Küchenrolle nehmen. Und den Kopf richtig schön hochlagern. So. Dann stellst du die Füße auf. Und legst die Arme mal hinter den Kopf ab. Das öffnet hier schön die Achseln. Und dann mit diesen nach hinter gelegten Armen, nach hinten abgelegten Armen, das Becken noch einmal anheben. Halte diese Kraft für die Beinrückseite. Schieb die Fersen in den Boden die Zehen lang. Die Füße entspannt. Atme hier tief. Vielleicht die Gesäßmuskulatur noch mal kräftiger anspannen. Und dann wieder von oben her abrollen. Jetzt. Hunde noch einmal die Knie an den Bauch heran, den Kopf angehoben und die Nasenspitze wieder nach unten ziehen. Und lass die Schultern von den Ohren wie immer wegfließen, damit du hier schön deine Öffnung in den Schultern behältst. Lege dann alles ab. Arme abgelegt, die Füße aufgestellt. Du kannst hier gerne die Knie gegeneinander lehnen, um nachzuspüren. Für die nächste Übung, das Hin und Her Rollen im Krokodil, holst du wiederum die Knie an den Bauch heran. Legst erstmal die Hände drauf. Schaffst Raum in der Lände, indem du die Knie wirklich eng heranziehst. Und dann schaukelst du auf die linke Seite, behältst aber Hände und Knie zusammen und drehst über deine untere Schulter, so weit, bis du in Richtung Rücken gucken kannst. Drehst den Kopf zurück, rollst über die Breite deines Schultergürtels, hebst das rechte Bein mit an, kulast komplett auf deine rechte Seite, drehst den Kopf noch weiter auf der Stirn, bis du sozusagen nach hinten schaust. Und dann auf der Stirn wieder zurückrollen, der Kopf bleibt immer auf dem Boden, lege ihn entspannt ab, einen breiten und langen und sehr flächigen Rücken und rolle dann wieder auf die linke Seite, dreh den Kopf noch weiter ein. Und dann wieder so einen richtig ganz schwer abgegebenen Kopf über die Schultern, über den ganzen Rücken rollen und noch einmal auf deine rechte Seite und im Kopf maximal umhergedreht. Und dann kommst du wieder zur Mitte und schaukelst noch einmal hier. Du kannst natürlich auch länger jeweils in der Drehung bleiben, aber es ist ganz erstaunlich, wie man von Mal zu Mal mehr Beweglichkeit in diese Wirbelsäule bekommt, der Kopf sich also auch immer weiter drehen kann. Noch einmal auf die rechte Seite und den Kopf noch weiter drehen. Die linke Schulter senkt immer weiter nach unten ab. Und dann noch einmal zur Mitte und dann legst du dich komplett auf die Seite und bringst die Hände nach vorne, sodass die Handflächen erstmal aufeinander liegen. Öffne dann deinen linken Arm ganz weit in einem Bogen dass du jetzt im klassischen Krokodil bist und sammle den Arm wieder ein. Leg die Handflächen aufeinander. Noch einmal während die Knie übereinander bleiben, öffne den linken Arm und führe den Blick zu dieser Hand und den Arm wieder anheben und die Hände wieder übereinander legen. Schau, dass wirklich viel Raum im Rücken ist und dann noch einmal einen großen Bogen mit dem linken Arm. Schau, dass der maximal abgelegt werden kann und sammle den Arm wieder ein, die Hände aufeinander. Ein letztes Mal öffnen und mit dem linken Arm ablegen und jetzt hier entspannt liegen bleiben. Hol dann die Knie nacheinander zur Mitte und lege sie auf die linke Seite ab. Vielleicht hilft es dir, wenn du ein kleines Kissen oder so dazwischen legst. Hol jetzt deinen rechten Arm von hinten in einem Bogen nach vorne und leg dann die Schultern wieder ab, um zu öffnen. Ein zweites Mal diesen Bogen, also immer den Kopf in die gleiche Richtung wie die Hand. Am besten du schaust in diese Hand und leg deine Schulter wieder ab. Wenn du dich hier nicht besonders wohl im Nacken fühlst, dann unterbrich hier das Video und hol dir eine kleine Unterstützung für den Kopf, so ein Kissen oder die gefaltete Decke. Noch einmal geöffnet, den rechten Arm ablegen und hole dann wieder die Knie heran. Und das kann man dann auch im dynamischen Wechsel machen. Also hier erstmal komplett auf die Seite, dann den Arm öffnen, die Beine nachziehen, die Beine zur Seite bringen und dann den Arm. So, bis die Handflächen wieder übereinander liegen und rollen, rollen, rollen. Da musst du jetzt über den Arm rollen und dann beginnt der Arm und das Bein. Du kullerst komplett auf die zweite Seite, rollst dich schön ein und kommst dann wieder über einen breiten und immer weicher werdenden Rücken zur Mitte zurück. Rollst noch einmal komplett auf deine linke Seite und hier wirklich immer lockerer, weicher, schwerer und sanfter im Rücken werden. Und zu dieser Seite. Wirklich mit ganz wenig Muskelanspannung immer lockerer und immer softer werden. Die linke Seite hier, auch die Arme können jetzt ganz entspannt hier so angewinkelt sein. Das geht jetzt mehr und mehr in so eine Räkelübung über hier. Leg dann die Füße auf den Boden auf, nimm die Arme hier leicht abgespreizt neben den Körper und spür dieser wohligen Wirkung nach. Und dann, auch die Füße auf den Boden auf und spielen. Vielen Dank.